Sie sind alle im Strafraum, Barrios, Hummelslauer, Nevin Stubotic, alle sind sie da, hinten steht nur noch Sven Bender. Jetzt der Eckball, kurz rein, da ist er drin! Yeah! Ah! Wie geil! Es muss immer Bericic gewesen sein, denn in der 87. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Einen schönen guten Morgen! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!